So, Sie sind hier bei Ihrem 1-2-3-TV-Shop extra, extra, alles für die Sommermode. Und hier sehen Sie meinen modischen Schwimmanzug. Erst mit dieser modische Taucherbrille und diese modische Badehose. Und das ist ein Kombi-Paket. Und das kostet 50 Euro. Dieses Kombi-Paket kostet 50 Euro. Aber ich erkläre Ihnen noch warum. Weil das ist eine sehr gute Badehose und eine sehr... Halt, hör mal auf. Und es ist ein... Hallo, ich filme, ich habe die gerade die Badehose gefilmt. Ach so. Und da gab es ein paar Unstimmigkeiten zwischen Kameramann und mir, aber egal. Hör mal auf. Tut mir leid, unser Dingsabon schaffen wir uns hier gleich backen. Er braucht Kult. Jetzt kommt die Werbung. Hey, du hast eine Brede. Ich bin der Bedehose. Hi, Barry Scott hier, asking whether you have problems with LimeScale, Rust, Ground in Derth. They're a challenge for Sunhouse Ongreyner's, but not for Cine Bag. Cine Bag, Cine Bag, Cine Bag, Cine Bag, Cine Bag, Cine Bag, Cine Bag. Cine Bag, 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 Cine Bag. der 4 4 4 5 5 6 21 22 23 Untertitelung des ZDF, 2020 Riecht das eigentlich auch voll ekelhaft? Ich hoffe, ich bin nicht wieder in Hundescheiße getreten. Bäh, ekelhaft. Hilfe! Als hätte jemand auf den Boden geschissen. Du hast in die Hose geschissen. Milchschnitte mit viel frischer Milch gemacht. Die Zwischenmahlzeit von heute schmeckt leicht und belastet nicht. Okay, jetzt geht weiter. Und weil diese schicke Taucherbrille so teuer ist, eigentlich kostet die nämlich 30 Euro. Und das hier kostet nämlich eigentlich 21 Euro. Also haben sie in diesem Kombipaket 1 Euro gespart. Ja, 1 Euro sind 100 Cent. Ha, ha, ha. Ja, sie haben sehr viel gespart. Dann können sie sich ja auch mal freuen, dass sie so viel gespart haben. Also 1 Euro jetzt 100 Cent, ne? Das ist sehr viel. Und jetzt die vierte, dieses Kombipaket. Kaufen sie drei Stück. Kosten 350 Euro. Und kaufen sie fünf Stück kostet, ist insgesamt, äh, 450 Euro. Oh, da zählt man wieder aus, Ella. Hihiihihi. Also sind andere Schuhe, dann 0,100, 0,400, 0,800. Und, äh, äh, ähm, dann kriegen sie dieses Teil für 50 Euro. Jo, ne? Jo. 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 Jo.